Es ist Zeit, um das Spiel zu spielen! Es ist Zeit, um das Spiel zu spielen! Hallo Leute, ich bin MonWolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Medieval Staffel 2. So, ja Leute, die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben jetzt mitbekommen, dass ich hier jetzt umgebaut habe. Ja, weil ich etwas ändern möchte und weil ich gerne eine größere Stadt bauen würde. Und da haben wir eine ziemlich coole Möbchen aufgesucht und das grüne Feld hier werden wir heute brauchen. Allerdings erst mal die Kirche steht, ich habe die Stuhle ausgelandet, also das Möbel ausgelandet, zu Veränderungen und die Betten werden jetzt gemacht. Dann habe ich die Leute eingesammelt. Dann habe ich erst das erste Winter überlebt, mit knappem Essen. Diese mit hier Leute habe ich zu verdanken, neue Gegner. Denn außer die Gegner, die ihr kennt, also diese Leute, die dann uns angreifen, kommen im Winter auch welche. Dann muss man sie wie ganz normale Gegner töten. So, ich habe hier posiert, weil ich euch noch etwas zeigen will. Ich habe hier bei dem Manager, was verändert, ich habe allen Milch gegeben. Weil wenn man alles Essen stellt, die fressen auch Rohrfleisch und das bringt nicht gute Laune mit sich. Also die werden dann irgendwie böse. So, was machen wir heute? Normalerweise, was wir heute machen, würde ich das Ganze ausgrem machen. Allerdings Leute, nicht diesmal. Und zwar, wir werden uns heute mit Feldern befassen. Warum das und was machen wir? Es ist ganz einfach Leute. Erstens, wir brauchen Essen. Und zweitens Leute, es sind neue Felder da. Und das möchte ich euch zeigen. Also, die neuen Felder. Möchte ich euch gerne zeigen. Also, erstmal die alten. Und ja Leute, wir werden jetzt nicht mehr 9x9 machen, sondern etwas kleiner und zwar 6x6. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Weil, ähm, erstens, es werden viel zu viele Felder sein. Äh, so. Einer davon. Also, die haben dann viel zu viel zu machen. Und das möchte ich meinen Leuten ersparen. Deswegen machen wir erstmal die kleinen Felder. Ähm. Und, äh, wir machen noch. Äh. 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 Die rote Beete. 1, 2, 3. Ups. Das hat viel. 6x6. Ja. Jetzt machen wir, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ähm, hier lang ziehen soll. Ich glaub, sie werden alle passen. Jetzt machen wir alle Felder, die, ähm, ähm, äh, damit zu tun haben, wie zum Beispiel Barley. Es gibt auch jetzt zwei davon. Ich glaub, einer gehört, äh, zu der Sorte, wo man Alk daraus stellen kann. Äh. 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 So. Jetzt geht's zur nächsten Sorte und zwar das hier. Heifeld. Das ist einer der neuen Felder. Machen wir das auch. Und das dritte, äh, ist eigentlich, äh, ich gern das, ähm, von der anderen, und zwar, ne. Das ist auch jetzt Heifeld 9. Ähm. Das was ich gern ist, äh, äh, Mist. Wir machen hier so. Das ist jetzt das dritte Neue. Wir machen aber alle Sorgen. Ich will einfach gucken. Ähm. Ne. Eine, bitte. Eine. Eine. Ach. Dann muss ich anders machen. Ähm. Kann ich das mal schön wegmachen. Ähm. Ich muss das Ganze wegmachen. Und nochmal machen. Sorry. Dafür. So. Herz fällt. jetzt. Das gehört auch zu den neuen Feldern. Nein. In der andere Richtung. 6 x 6. Und jetzt kommen die drei Neuen. Ähm. Weiß nicht, ob es hier passt. Also zwei neue machen ich hier. Der dritte weiß ich nicht. Und zwar. Flax. Das kennt ihr. Schon. Äh. Von Staffel 1. Das Flax. Also erstmal. Wir machen es erstmal so. Zum Testen hier alle. Später werden hier alle gesetzt. So. Das wäre Flack. Und ähm. Das hier auch neu. Beziehungsweise nicht ganz neu. Denn das. Es gibt Wild. Ähm. Wild Bären. Sie da wachsen. Und jetzt können wir sie selbst setzen. Ich bin nicht am überlegen, ob ich noch die Bäume hinbekomme. Aber ich glaube eh. Nicht. 6 x 6. Jetzt. Oh Moment Leute. Das ist jetzt falsch. Oh Moment Leute. Da können wir mal anders schauen. Ob wir das überhaupt ziehen bekommen. Wenn ja, dann machen wir auch die Bäume. Also wenn schon, dann schon alle. Dann alle. So. Weil ich will jetzt alle sehen. Ich will natürlich so wie hier. Bitchtree. Äh. Bitchtree. Ich bitch dich. Du Sau. Äh. Das habe ich schon wieder falsch. Es tut mir leid Leute. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe immer noch pausiert. Weil ich. Ähm. Wir haben jetzt. Moment. einen Tag Frühling. Und dann will ich nicht. Äh. Vergrößen. Deswegen habe ich. Äh. Pausiert. Ich will erstmal. Alle Felder. setzen. Ich will auch natürlich gucken. Ob das überhaupt passt. Ja. Ganz knapp gewesen. Ähm. Aber es würde passen. Sogar. Juhu. So. Wir haben es geschafft. Jetzt könnt ihr damit äh beginnen. Ähm. Und. Die Felder zu bearbeiten. Und gleichzeitig auch die Betten. Zu machen. Ja. Das ist halt zum Test. Leute. Ähm. Hier werde ich dann Schutzwände machen. Also da wo das rot ist. Kommen immer die Feinde von der Richtung. Deswegen habe ich mir gedacht. Also zum Testen. Erstmal so. Vielleicht später hier irgendwo anders. Aber. Erstmal zum Test. Um zu gucken. Ähm. Warum drückt ich jemanden auf den Knopf. Wer weiß das schon. So. Jetzt könnt ihr eigentlich äh. Felder anfangen zu bearbeiten. Also wir haben neun Felder. Manche kennen wir. Manche kennen wir. Manche. Die sind neu. Die Betten werden gemacht. So. Los geht's Leute. Ich äh. Schaue euch dabei zu. Wie hier die Felder bearbeitet. Ja. Hier werden schon Bäume gemacht. Hier werden diese. Ja. Äh. Moment. Wie heißen die. Red. Kurant. 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 Wie auch immer. Also das was wir halt. Äh. Äh. Wild haben. Also wir können hier sehen. Eine. Jetzt können wir sie halt. Als Feld machen. Und ähm. Es ist besser so. Als irgendwie gilt. Weil ähm. Die Felder. Die machen das automatisch auf. Äh. Alles. Räumen. Hier wachsen dann äh. Bäume. Und dann kriegen wir automatisch auch äh. Holz. Ne. Ist doch gut. Gute Sache. So. Ziemlich äh. Gut. Nachgedacht die Entwickler. So. Da werden auch. Äh. Betten. Bäume sag ich schon. Äh. Betten gemacht. Die Felder sehen. Klasse aus. Mit den Bäumen. Hier. Auch hier. Sieht ziemlich gut aus. Sie werden jetzt äh. Was ist das? Ein bisschen. Talgras. Das ist doch kein Talgras. Hayfield. Was ist das? Sie werden weiterhin. Bäume gemacht. Äh. Warum eigentlich Bäume und nichts was zum Essen. Weil wir gerade eh ziemlich wenig zum Essen haben. Aber wenn ihr die Bäume als Essen haben wollt, dann bitteschön. Ähm. Macht das. Ich werde euch dabei nicht äh. 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 Ähm. Ähm. Es ist nicht wenig. Vielleicht machen sie deswegen erstmal die Bäume, weil die halt am längsten brauchen. 70 Tage brauchen die. Maximum 54. Glowtime. Maximum. Minus 60 Grad. Okay. Also die bekommen dann 45 Bäume plus die Sticks. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Was ist hier? Warum wird sich hier nicht weiter gemacht? Ach. Mach doch was ihr wollt. Und was fehlt hier? Um weg zu bekommen. Das hier. Okay. 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 Ich glaube nicht, weil wir jetzt nur Frühling haben und das wird jetzt knappe Sache. Da sehe ich aber schon Pilze. So können die Pilze dann zusammen. Also im Frühling kommt als allererstes die Pilze. Also die Kirche ist so. Ich wollte also nicht sitzen und so. Die kommen zwar nur zum Beten und so, aber. Ich sollte so aussehen. Ist halt so. Jetzt gehen sie schlafen. Die Bäume sind toll aus. Ich muss sagen Leute. Die Bäume sehen wirklich geil aus. Ne? Und überhaupt alles. Ich hoffe, dass die die ganzen Filter machen werden. Einer hat kein Bett verdammt. Ist nicht gut. Mir fehlen Sachen. Mir fehlen Sachen. Ich gucke, vielleicht liegt es hier irgendwo. Ne? Nur halt Lehm. Im Haupt habe ich ziemlich viel Lehm auf diesem Bett. Steine müssen wir auch noch tragen. Oh. Da sind noch Pilze, die wir auch zusammen kochen. Ich habe hier noch eine Stufe gemacht, weil ich hier waren Tiere. Ich habe hier Holztreffer gemacht und die Tiere sind nach unten gegangen. Dann haben sie halt schon vielleicht verarbeitet. Hier sind Clay. Ja. Was auch immer. Ich habe hier schon Clay liegen. Bis zum Fall. Na Leute. Macht ihr weiter. Ja. Scheint so. Gut. Macht weiter. Ich will euch nicht stören. Einfach nur weitermachen. Ich schaue uns noch bei der Arbeit zu. Wer hungrig ist, kann gehen und kochen, also verbietet euch keiner, ich will nur nicht, dass ihr Rochfleisch ist. Oh, das wird schön aussehen. Stellt euch vor, alles roh. Und da wird nun auch gemacht, da ist schon alles gemacht, da wird alles schon fast, hier wird fast, also es wird schön, es wird ein schöner grüner Garten, wobei, wie gesagt, das kann sein, dass es nicht so bleibt, also niemand hat gesagt, dass es so bleibt, ja. Ich habe mir so überlegt, Leute, alles was ich kenne, mache ich offscreen, wie zum Beispiel das hier, das kennt ihr von der Staffel 1. Aber alles was neu ist, wie zum Beispiel, äh, das hier, bauen wir zusammen. Ähm, das werden wir dann zusammenbauen, äh, ich überlege mir, ob ich jetzt, äh, Fleischerei und dieser Sauferei hier, äh, ja, zusammenbauen, in einem Haus und zwar, wie ihr schon kennt, äh, zweistöckig, ja, äh, unten wird Fleisch verarbeitet, oben wird einfach, äh, alt gemacht, gekocht, gekocht und vor allem gesoffen. Aber dafür muss ich erstmal alles wachsen lassen, okay, die Leute, äh, ach ja, Leute, ich habe noch etwas feiert, hab euch von mir zu zeigen, die waren irgendwie unglücklich, also unglücklicher als die jetzt schon sind, ähm, hab ich denen, äh, zwischen 12 und 13 können sie machen, weil sie wollen, plus ich würde dann noch in die Kirche gehen und an diesem ein bisschen beten, damit ihre, ähm, ja, ihre Glaubensanzeige immer halt sich fühlt, also damit sie nicht ganz nach unten geht und die dann sauer sind. Und deswegen hab ich denen gedacht, abends, also morgens, mittags, abends, so in die Kirche gehen, ein bisschen beten und, äh, glücklich sein und zu fühlen, ne. So, das hab ich noch gemacht. Ansonsten, ähm, hab ich hier was zum Spielen. Ich hab noch, äh, Fans dazu gemacht, weil im Winter war's ziemlich arschkalt und die haben gefroren und das wurde in, äh, nein, 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 abbrechen, das war falsch, ähm, im Winter war's so kalt, dass mein Bildschirm hier, äh, gefroren hat, also richtig so eisig, ähm, und dadurch haben die gezeigt, ja, meine, äh, meine Leute frieren. Ich hab, äh, gedacht, vielleicht, äh, äh, soll ich hier Fenster zu machen und dann frieren sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Leute, kann ich euch nicht sagen, aber, wo ich die Fenster zu hatte, äh, war's weniger frostig an meinem Bildschirm, ne. Deswegen sind alle meine Fenster jetzt zu gewesen. So, wie weit sind unsere Felder? Ja, die sind fast alle, also fertig, außer 4 und 4, aber da werden gemacht, ich muss noch nachts sein, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, okay, alle da, alle am Leben, alle zufrieden. Ähm, naja, nicht wirklich, aber, äh, es ist jetzt schon 20 Uhr, die müssen was essen, also braucht euch was mal Essbares, wobei, Leute, hm, ich glaube, ich muss doch auf alles Essen einschalten, weil, wenn die alle jetzt Hunger haben und, äh, um 22 müssen sie schon schlafen, wie zum Beispiel das hier, da hat ziemlich wenig HP. Ach, meine, was. Ich soll was essen, weil, äh, wenn ihr nichts isst, dann pariert er, das will ich nicht. Das heißt, Leute, wir stellen doch auf alles Essen. Äh, weil, ähm, die sollen ein wenig, jetzt, was essen, sonst verrücken sie mir alle. Man kann's ja auch sogar Karnibale machen, aber das halb ich nicht mehr. Die werden zwar ein wenig unglücklich, aber da die jetzt auf dem Bett schlafen und jetzt da auch was brauchen können und werden viel, äh, verschiedene Essen haben, glaube ich, dass die von mir aus alles essen sollen, auch auf Rohfleisch. Da, also ihr seht, alle sind gleich dahin gelaufen und, äh, wollen essen und so weiter und so fort. Also, ihr versteht. Ansonsten natürlich, wenn das Ganze, ähm, ähm, dann mit dem Schnellopfen haben, haben, also wenn wir dann schnell offen gelernt haben, dann natürlich Küche aufbauen und, 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 also, eins, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, alle da. Ja, weil wir jetzt ein Bett nicht haben. Moment, warum stehst du da rum und du da was essen kannst? Äh, konsumiere bitte. Konsum. Du bist hungry. Vollposten. Konsumiere das mal. Ich hoffe, ihr verrägt nicht. Also, der war mein bester Kämpfer. Ja, ne, 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 ne. Du kannst doch bitte kochen, wenn du nicht, oder? Nein, 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 nein. Abbrechen. So, jetzt läuft der, also, das habe ich gemeint mit Hängern. Irgendwie hängen die da, ein bisschen. Die sind alle glücklich, weil die jetzt auf dem Bett nun geschlafen haben, aber warum hängt der? keine ahnung kann ich auch nicht sagen die ersten teile ich hoffe der auch also bitte ist ja jetzt ist auch was warum hängst du du machst mich wahnsinn ja ich weiß dir hat es nicht geschmeckt das rochfleisch scheiße ich weiß aber wenn du da was willst dann musst du kochen das ist jetzt jetzt geht es zur arbeit ich hoffe dass wir bald mal die ganzen sachen hier frisch vom feld haben und dann werden gute sachen sein ich guck mal wie lange sie da brauchen zum wachsen fünf tage die lange bleibt denn 19 tage 17 tage also aus lang 37 beats das ist nicht schlecht das hier jetzt auch vor sich hin wir machen hier weiter ich freue mich wir haben alle sind da jetzt gemacht dadurch habe ich gezeigt ja alle fänder und hier meine fenster aufmachen frische luft und sonne also das nächste was ich jetzt vorab ist das bett fertig zu bauen also was auf screen jetzt passiert ich will ich will noch ein wenig neue gebäude bauen also von steinen schmiede das habt ihr alles gesehen das heißt ich kann das ganze was werde ich auf screen machen was werde ich auf screen machen das heißt als nächstes gehe ich das ist was neues das werde mir lassen also die neue tun und so als nächstes gehen wir zu den sachen hier denn wir sind ziemlich und es gibt auch noch also früher gab es nur eine aber jetzt gibt es Sommer und Winter also die ich hoffe die werden sie dann umziehen ich gehe erstmal da drauf da ihr das auch kennt werde ich das hier als nächstes machen wir haben zwölf Bücher also ich werde das hier erstmal aufbauen damit es neues essen da gibt und schneller was gekocht wird da wird gerade was gekocht aber das fressen sie selber es hat sich jetzt war das geschnappt hat gesagt ne leute somit ich will hier ein glas meine sachen hier die leute hat gesagt nein ich koche das für dich keine lobe äh du kannst essen äh jake äh jake äh wenn du nicht willst dass ich hier äh aufgefressen wird dann lieber hier und so ne also aber ich glaube das ist jetzt äh zu spät weil ich hier ne ich brauch dich jack hat ziemlich wenig leben und jake ist k.o. jack warte, warte jake, lass das fleisch liegen da liegt fleisch und jack ist auf die ganze geschwindigkeit aber zu spät ich glaube wir müssen noch ein lagerfeuer bauen damit sie dann schneller kochen also ich glaube ich mache mal noch zwei lagerfeuer dann können sie auch schneller kochen alle sieben sind da meine zelter sind auch da so leute jetzt gibt es ein battle wir pausieren ich hasse das um ehrlich zu sein weil die sind echt verletzt jack ist verletzt aber ich speichere mal ab leute ich speichere mal ab so leute bis zum nächstes mal euer LONWOL V3 ciao